Auf der Karte ist halt echt alles viel schneller. Wo ist denn deine Liebe, hm? Ja. Oh, dann so beschädigt. Ja. Komm, mal einen richtig in die Fresse rein hier. Komm Nils. So, auf die Nase. Du magst sie doch auch, mit Schokoüberzug die Äpfel. So. So, wo gehen wir an den anderen? Ich verrieh, ich verrieh. Gut. Was hast du damit gemacht? Hast du dir den Kinder im Kindergarten stehen oder was? Ja. Ach, was doch nicht. Hast du die vom Nachbarn schon geklaut? Nee. Aha. Aha. Was, keiner was? Ne, lass sie irgendwo stehen. Mhm. Dann noch andere. Bitte, bitte. Was nassst ihr denn schon wieder? Das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich irgendwas mit Schokoüberzug. Nee, Kirschen, Kirschen. Kein Schoko. Keine Kirschen mit Schokoüberzug? Weißt du auf den Kern rum, oder was? Nee, er malt sie in einer Mühe. Hehehe. Hehehe. Ja, im Campion zwei Squads. Ja. Mindestens. Ja, zweier sind's. Komm, ich denk nicht mal drüber nach. Maggi ist da. Maggi ist da. Die man nicht lautstark überhören kann. Oh, da geht's auch schon gut aus. Also Rucksäcke und Helme sind hier noch drinne. Alles andere ist hier nicht drinne. Oh, mit Feuerwehr hätte ich fast liegen lassen. Warum machst du denn sowas? Ach, ich bin schon wieder ein bisschen... Ich hab ja viel gearbeitet heute. Ah. Ich bin ein bisschen durch den Wind, sag ich was. Okay. Das geht natürlich nicht. Nee, nee. Hier sind nur zwei Westen, Tommy. Aldo ist auch hier okay. Ja. Ich hab auch noch keine Westen. Heinrich ist da noch. Ja, im anderen Haus war eine Zweier. Wo ich eben drinne war. Ja, dann hab ich mir in der Ruhe. Ja. Klar. Schön. Da geht sich was. Ja. Woher seid ihr denn jetzt alle hin? Alle nach vorne, ne? Ja. So nah weiter südlich laufen, die vier Häuser sind durch. Die sind durch? Nee, dann gehen wir zu denen. In der anderen Richtung. Ja. Das sind aber komisch. Das mit den Kernen. Ja. Seid ihr hier schon durch? Ja, da sind wir ja. Ich brauch noch genug. Die sollen zwei wegnehmen. Jawoll. Gleich eins weiter. Ja. Über sowas freue ich mich drauf. Ja. 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 Ich brauch noch einen Helm. Ich brauch noch eine Weste, fällt mir da drauf. Äh, UMP, warte hier und da. Brauch ich alles nicht. Warte, ich hab da noch Sachen für dich. Naja, ich hab nämlich gar nichts gefunden, an und für sich. Außer die beiden Waffen jetzt. Ich hätte noch einen Daumengriff, falls du den zweiten auch ansetzen kannst. Ne, ich hab auf dem anderen hab ich eins. Null Medics, ey. Ja, Medics hab ich... Ein Koffer, zwei Energy, das war's. Aber ich hab nicht mal irgendwo ein Wettert oder Hohle drauf. Ihr spielt das, soll mal sehen? Hier, guck mal. Man drückt. Oh. Wer war das? Ach du? Das meinst du. Das meinst du. Nö, 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 nö. Hast du gestern Nacht noch durchgemacht? Nö. Ja. Hier ist noch ein Embattes A, ja? Habe ich da. Kannst du mitnehmen. Obwohl. Kann ich das da draus setzen? Kann man ein paar Kriffe zum abgeben, wenn einer braucht. Mhm. Daumengriff und Kompensator hab ich auch noch. Gecken wir hier einfach direkt auf die Straße. Ich steck das da zu. Neh mich mal vorsicht selber ran. Fahrst du weg? Auto. Wo denn? Ah, das fährt. Weiß ich nicht. Ah, das kommt zu mir. Das hat sich dann festgefahren. Der hat sich da festgefahren. Ja, die fahren Richtung Westen weg. Ah, jetzt. Da. So wieder nicht. Passieren. Ja, hier auf der Straße. Fahren dahin, wo wir herkommen. Ich kann nicht mal abähnen mit der Waffe. Also die fahren hinter uns quasi. Und also dahin fahren, wo wir waren. Finden sie bestimmt noch ganz viel. Ah, wie er schon durchgeruutet. Schade, pass auf, vielleicht kommen die zu dir weiter. Mhm. Oh, immerhin mal ein erweitertes. Ich habe gerade erst gesehen, was ich von euch weg bin. Anstatt von mir wieder zurück. Möhnchen. 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 Ich habe immerhin mal was. Noch ein Zweier suche. Ja, ein Koffer irgendwie noch geil und ein Zweier-Helm. Ein Zweier-Helm würde ich brauchen. Ein bisschen nach Süden würde ich auch nehmen. Zweier-Beste würde ich auch nehmen. Immer noch keinen Koffer ein. Und ob du das Paradise durch? Ein Vierer-Slock und ein Koffer. Der Tower. Ich würde schon sagen, dass da jemand drin kämpft, wie lange sie können. Oh, dynamisches Wetter. Wart Schnee? Die kommt erst im Winter. Schade, Schnee wäre cool. Die kommt im Winter. Die Dschungel. Paradise, ok. Ja, wenn wir da jetzt wirklich durch sind, dann gut zusammenbleiben. Also ich bin ein bisschen links dran vorbei. Ja, ich komme gerade recht hoch. Okay. Ach, das ist dieses hohe Ding, ne? Ja. Ja, dann lass mal zusammentreffen, ne? Ja. Ja. Aber jetzt zieht man auch so ein extra weiter links. Ein Bulli. Ein Helm, Junge. Ein Helm. Ist nicht. Ja, so ein Spire, ne? Ja. Ja. Man hört doch gerade gar nichts. Nee. Also zu einem Vierer-Aussatz würde ich auch nicht Nein sagen. Hier war schon einer. Oh nix. Ich weiß ja nicht, was gibt's denn hier vor uns noch? Ich mach das. Okay. Ja, das Gute ist, die anderen hören genauso wenig. Ah, neuner für dich. Ein Schalli für mich. Das ist viel wichtiger. Neuner habe ich genug. Das sind aber 170, aber das sind längst. Was geoffen ist? Au. Vier Häuser sind definitiv offen. Kann man über den Berg gucken? Stand einer? Wollen wir über den Berg und da sind die Wochen gucken? Auf jeden Fall noch. Äh, Mucki passen wir ein bisschen auf. Ich dachte eben erst, ich hab hier mal gesehen, aber da hat sich nichts beschäftigt. Aber hier war schon jemand so grob. Ich meine, das war gleich schon in der nächsten Zone. So geht das. 145, 150 ist ein Schalli. Da ist der Schalli irgendwo. Ja, die sind da vorne an dem Dorf, glaub ich auch. Ja. Hier ist der Schalli. Ja, das war schon. Okay, ich kann auch noch machen. Fette, fette Party. Fette, fette Party. Fette, fette Party? Ich glaube, ist aber noch einen weiter. Ja, oben auf dem Hilber, 170 habe ich gerade einen Laufen gesehen, der bewegt sich aber nach links weg, also die sind hier jetzt auf dem nächsten Kugel. Die ist auch alles gelootet. Ja, weiß ich nicht, wollen wir da oben ran stoßen? Naja, irgendwie müssen wir an unsere Sachen kommen. Beide sind Süden und Osten, hier oben. Äh, da sind glaube ich gerade fast alle tot. Ja. Da wurden gerade welche genockt und auch getürzt. Dann können wir ja die Restlichen auch noch. Dann brauchen wir eben noch die Looten vielleicht. Und dann Backhauen. Direkt vor mir, direkt vor mir. Ja, du bist zu weit vorne. Gute sehen, einer am Stein, ne? Gut, drei Stück. Ja, hab ich noch nicht gesehen. Ja. Einer noch, zwei noch. Hinter dem großen Stein. Lässt mich gerade von mir aus. Der Nate ist. Getroffen. Der hat mich gemockt und der Nate. Das ist der letzte hinter dem Stein. Tot. Heiß. Habt ihr alle. Irgendjemand muss ja mal dran pushen, ne? Was du für dünnst du mal? Äh, hier ist ein Vierer drinnen. Ja, überhaupt nicht. Aber ich denke mal, die haben alles, was sie brauchen. Die dürfen nur nicht zu lange machen, weil das werden nicht offen für alle anderen. Naja. So, die standen hier vorne eben gerade. Die müssten auch Leichen sein. Hier ist noch eine Leiche eingefrechte Milliwester. Muss ich brauche. Schalldämpfer AR habe ich. Ich heile mich nur da drauf. Nimm mal Schalldämpfer AR bitte mit, Tommy. Äh, habe ich schon liegen gelassen. Muss ich gleich nochmal zurück. Wie keiner eine Mündung für eine Snipen? Schalldämpfer AR bringe ich mit. Danke. Oh, das war ja hell. Oh, das war ja hell. Du, einmal stand ich in den dreien drinnen, ey. Mal wieder. Ja, und scheiße, er siehst du keinen, dann sehe ich. Einmal steht alle anderen daneben auch. Schalldämpfer AR liegt ganz unten. Schalldämpfer AR liegt ganz unten in der Liste. Hier ist auf jeden Fall noch ein Dreier-Rucksack-Fusher-Zweier-Helm drin, wo ich gerade stehe. Wo hattest du denn den Schalldämpfer AR gefunden? Den Schalldämpfer AR habe ich schon von Anfang an. Ich meine den, was du angesagt hast. Der lag hier. Da wo Dennis gerade ist. Also Aldo. Also das ist der schon, also ist der schon raus. Ja, okay, von aus. Sehr gut. Das ist doch top. Dann das hier hin. Vorher noch ein Kompi schallt. Ah, hier ist noch ein Stall hier. Kompis, musst du da noch hin. Ja, ich spiele selber Sniper-Story-Leute. Echt? Nehme ich? Dann nimm du. Dann nimm du ruhig. Ja, ich spiele selber Sniper-Story-Leute. Ach so. Okay. Ja, ich bin ja auf dem Transfer-Tunnel liegen. Ja, ich habe keine Lust nochmal umzurüsten. Weil wir looten hier schon wieder seit drei Minuten. Ja, okay. Dann hat das so gut gegangen, habe ich gedacht, okay, das passt jetzt auch nicht. Vor allen Dingen sind wir wieder mittendrin jetzt. Ah, 21 am Nehmen. Ich bin dafür, wir bleiben hier oben weiter. So ein bisschen in die Richtung. Kannst hier von den Klippen, glaube ich, auch ganz gut. Ja, ein bisschen hinter uns aufpassen. Ja. Moment, Mucki, wir bleiben bei dir dann. Ja. Mich wieder spannen. Diese Scheiße würde hier rumfliegen. Bei 100 sind es zwei. Bei 100 sind es zwei. Hinten am Stein. Gehen jetzt da vorne zu den Häusern? Oder gehen sie nicht? Ne, die bleiben da. Am Zaun, Nora? Mhm. Hinten am Stein. Auf dieser Erhöhung. Sind es zwei. Welche sind hier vorne am Dorf, an dem Zaun schon dran? Ja. Alle kommen in die Richtung. Keiner hinter uns. Das ist so geil. Komm mal hinter uns. Keiner. Ein bisschen mitten in der Krone. Voll die Scheiße. Ja, was ist? Wollen wir die fighten? Ich werde das nicht schießen. Ja, du hast gesehen, der hinten ist ab. Der schießt immer rund. Mucki, du schießt komplett offen, ne? Ja. Hört auf mit den zu falten. Hinter uns ist es wieder. Die sind mehr. Kommen wir jetzt gleich alle rein. Ja, wir sind genau in der Mitte. Lass mal irgendwann uns am Rand ausbrechen. Lass mal wieder hoch. Hoch? Mhm. Da wo die Schüsse quasi herkommen. Okay. Oh ne, die Steine sehen ganz gut aus. Ja. Ja, ich sehe auch schon einen. 245. Zwei. Laufen hier unten an Richtung Straße. 245. Kann ich glauben, dass hier oben nix ist, ne? Die fighten da irgendwo mit irgendwem. Oh, der Drop geht genau vorne so, oder? 190. Die haben da gerade gekillt. Laufen jetzt alle zur Straße hin. Ja, eventuell gehen die sogar hier hin. Das war schon ziemlich nah. Fast runter da. Ja. Das war hier von 80 irgendwo. Hast du was gesehen, Tommy? Wo? Ja, unten an der Straße, weil ich die ganze Zeit korle. Bei 100. Einer war halt eben da bei dem Bund an der Leiche. Okay, bei mir ist einer. Bei mir ist einer. Wo? Wo? In den Bäumen vor mir. An den Steinen. Rechts davon. Rechts am Baum. Direkt auf 25. Ist bei mir. Eingenockt und getötet, aber das ist noch ein anderer. Ach ja, klar. Push zu mir. Hat mich. Ich hab Medizinkästen dabei, könnt ihr nehmen. Immer noch? Sniper aus der Richtung, Tommy? Ja. Hast du kurz die Richtung? Ich guck unten, dass der hier nicht rüber push geht. Von unten. Ja, wir müssen. Ja, ich guck nur. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Von unten. Ich sehe sie nicht. Die müssen in den Häusern sein. Ich bin safe. Ich bin safe. Nicht mehr safe. Boah. Hauptsache jeder Schuss trifft was gesprungen. Hm. Hm. Moin noch. Ich pack sie. Ja. So. Mal mit der Ruhe, ne? Und dann mit der Ruhe. Man hat ja gar nicht so viel Zeit, ja? Okay. Oh Gott. Schließen. Dann steht er. Hinter dem großen Haus ist auch einer gelaufen. Ab dem Blick trifft er nicht einmal. So. Schön. Der kriegt da glaub ich rein. Hinter der Haus. Schön. Und abbreite am Schnee. Haha. Der kriegt auch noch nach vorne. Der sieht nicht so, wenn er da an dem großen Haus ist. Das sind Ikea Möbel, da bleibt nichts übrig, die wollen einfach irgendwas anderes haben. Geht auch nicht, ne? Ich bin raus. Bei mir ne? Jetzt nicht mehr. Spectator Punk. Halt dich, halt dich, halt dich. Ein Koffer nach dem anderen. Direkt den nächsten. Ja, scheiße, ich hab das an einer Linspitze gemacht, ich falle die aus. Das ist vielleicht... Das war... Ach man, ey, das wär doch meine Runde gewesen. Ich war grad so in einem Flow drin. 67 Trefferpunkt ist 2-Kill. Ja, Kill hab ich auch. Und dann kommt da so ne Ecke, wo du nicht weiterkommst, weil das Spiel ist einfach unglaublich. Das war's. Das war's. Ich hab's. Ich hab's. Vielen Dank.